Hi Freunde, hier ist Anja von Beachinspector und ich befinde mich gerade im Norden von Menteras. Ich bin an dem Strand Playa Cavalde in Borras. Das ist ein kilometerlanger Sandstrand, der ziemlich untouristisch ist. Hier gibt es einige Algen, aber wenn euch das nicht ausmacht, könnt ihr hier wirklich einen sehr entspannten Tag verbringen. Gerne könnt ihr auch an eure nahtlosen Bräune feilen, denn hier wird FKK auf jeden Fall toleriert. Gerne könnt ihr aber auch eure Batesachen mitbringen oder euch auch ein bisschen schicker machen und dann hier in das Restaurant Al Tiburon gehen. Das ist ziemlich bekannt auf der Insel. Da soll es auf jeden Fall sehr leckeres Essen geben. Dann gibt es noch den Beso Beach hier auch noch zu finden. Da könnt ihr auf jeden Fall leckere Cocktails trinken und sehr entspannt abhängen und einen schönen Sonnenuntergang könnt ihr ja auch sehen.